Wie ist der Geldautomaten? Eigentlich haben Sie Poker-Joke schon kennengelernt, denn es begegnet Ihnen auch im Alltag. Eine bekannte Situation ist die, dass Sie hektisch zum Geldautomaten laufen, um etwas Geld abzuheben. Bevor Sie das Geld erhalten, fordert der Automat Sie auf, Geldkarte zu entnehmen. Der Geldautomat weiß, dass Sie in Stresssituationen vergesslich sind und Fehler machen. Der Fehler, die Geldkarte zu vergessen, wird somit vermieden. Ihnen fallen bestimmt noch andere Beispiele ein. Genau, ein USB-Stick. Sie können den USB-Stick nur mit Gewalt verkehrt herum einstecken. Poker-Joke ist ein Bestandteil des Null-Fehler-Managements. Sie können Fehler reduzieren, indem Sie den Prüfaufwand erhöhen. Dadurch entstehen weitere Kosten. Durch spezielle Vorrichtungen hilft die Poker-Joke-Methode, langfristig Fehler abzustellen. Ihr Kontrollaufwand reduziert sich dann wieder. Schauen wir uns dazu diese Animation an. Poker-Joke ist eine Methode, um jeden Fehler vollständig zu verhindern. Es ist eine Null-Fehler-Strategie, die im Qualitätsmanagement oftmals Anwendung findet. Es beruht darauf, dass kein Mensch in der Lage ist, Fehler vollständig zu vermeiden. Poker-Joke wird in hartes und weiches Poker-Joke unterteilt. Weich heißt, dass Signale, Lichter oder Farben auf eine Störung hinweisen. Die Mitarbeiter sind gewarnt. Es stimmt etwas nicht. Hart bedeutet, dass Mechanismen zur Fehlervermeidung eingebaut sind. Die Maschine schaltet ab, bevor ein Fehler auftritt. Schauen wir uns dazu folgende Beispiele an. Das Verpolen dieses Steckers ist nicht möglich, indem beide Möglichkeiten akzeptiert werden. Das Rolltor kann nicht herunterfahren, wenn jemand durch die Lichtschranke geht. Wenden Sie die Poker-Joke-Methode folgendermaßen an. Untersuchen Sie mit einem Team den Prozess, indem Sie nach zufälligen und vermeidbaren Fehlern suchen. Beispiele dafür sind Maßfehler, Motorschaden, Ablesefehler, Unfälle, Verwechslungen. Halten Sie diese Fehler schriftlich fest. Ordnen Sie nun die Fehler nach Ort und Auftreten ein. Beschreiben Sie die Fehler in Zahlen, Daten und Fakten. Untersuchen Sie die Arbeitsanweisungen, die von den Mitarbeitern genutzt werden. Eventuell sind diese nicht verständlich. Im nächsten Schritt analysieren Sie Fehlerursachen, die bei Ihrem Produkt auftreten können. Bei der Entwicklung, bei der Planung, bei der Fertigung, bei dem Versand, bei der Anwendung und bei der späteren Entsorgung. Suchen Sie sofort nach Lösungen zu den Fehlerursachen. Lösungen sollten leicht und schnell umsetzbar sein. Und sie sollten wenig kosten. Nutzen Sie dazu bekannte Möglichkeiten zur Priorisierung von Maßnahmen. Tragen Sie die Ergebnisse der Priorisierung in eine Tabelle ein. Am Ende testen Sie die gefundene Maßnahme direkt am Prozess, um diese weiter zu optimieren. Verläuft der Test erfolgreich, so kann die Implementierung der Maßnahme als neuer Standard festgelegt werden. Neue Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen werden geschrieben. Das Qualitätsmanagement-System wird aktualisiert. Die Mitarbeiter werden geschult. Poker-Joke kommt aus der Produktion, aber es kann auch in der Dienstleistung angewendet werden. Denken Sie nur an die Fehlervermeidung an der Kasse eines Geschäftes. Zum Beispiel beim Eintippen von Preisen. Jeder Fehler kostet Zeit und wirkt sich negativ auf die Kundenzufriedenheit aus. Der fehlende Service führt zu Wartezeiten und kein Kunde wartet gerne. Deshalb könnte man mit akustischen Signalen arbeiten. Dieses signalisiert, dass ein Kunde in das Geschäft kommt. Hier noch einige Hinweise. Poker-Joke-Lösungen erfordern oftmals geringe Investitionen. Die Lösungen können Sie schnell und einfach realisieren. Dadurch erzielen Sie positive Auswirkungen auf die Qualität Ihrer Produkte oder Ihren Service. Im Idealfall wird eine umfassende Endkontrolle aufgehoben. Poker-Joke wird ein Teil Ihres Prozesses und kein zusätzlicher Aufwand für die Mitarbeiter. Nutzen Sie das Know-how der Mitarbeiter zur Einführung von Poker-Joke-Lösungen. Es geht nicht darum, die Arbeit des Mitarbeiters zu kontrollieren. Mitarbeiter haben gute Ideen, welche Apparate notwendig sind, um fehlerfrei zu produzieren. Die Ideen jedes Einzelnen führen gemeinsam zur optimalen Lösung. Viel Erfolg bei der Anwendung von Poker-Joke und machen Sie bloß keinen Fehler. Die Alfadi Akademie.